Wer uns kennt, weiss, dass wir immer für eine Überraschung gut sind und wir haben uns auch in diesem Jahr wieder etwas Spezielles einfallen lassen für unsere lieben Gäste. So haben wir auch dieses Jahr wieder unsere wunderschönen Weihnachtskugeln aufgestellt und dazu ein Iglu, der für eine grössere Gruppe geeignet und wunderschön dekoriert ist. Diese wunderschöne Stimmung am See mit einem feinen Essen, das alle Sinn verzaubert. Die Qualität vom Feinsten liebevoll angerichtet im Iglu oder in der Weihnachtskugel geniessen. Sichert euch am Platz bei uns. Kommen wir zu uns ins weisses Rossli im Staat. Wir freuen uns auf euch, damit wir euch mit einem unvergesslichen Erlebnis verwohnen können.